Die-da-da-da-da Tut mir leid, Attyom Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt Nur die Wachen dürfen durch Das ist schöne Musik Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich habe die Nase voll von mir gewiss. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht zutun. Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß, wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Ah, nein! Scheiße. Überall Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner. Hey, pass auf, mit dem du redest. Läuft herum und hinterlässt noch dreckige Fußboden und schießt sich nicht drum, wenn es denn hier alles abkommt muss. Das habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleibst. Was soll das? No, das wäre es. Ja, das wäre das.